Moin Moin Leute, was geht's? Heute ist wieder Sonntag und es steht wieder Rocket League an und heute darf ich dann auch wieder mal den Kryzen begrüßen. Moin Kryzen. Moin. Wir sind heute natürlich wieder im 2 gegen 2 dabei und wollen mal gucken wie es so läuft. So die ersten Spiele waren jetzt nicht alles so geil, aber wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin zu gewinnen. Oder meinst du? Ja, könnte klappen. Ja, ich denke auch. Wir spielen maximal C2 ist das glaube ich gerade. Mit dem Sinne würde ich sagen, let's go. So wir sind im ersten Spiel. Let's go. Gechner sind noch nicht da. Es wird wieder ein PC gegen Playstation Spiel. Ich bleibe mal stehen, ne? Ja, mach mal lieber. Man weiß nie. Ja, er geht auf den Boost, das war klar. Oh, versenkt das Ding. Ich geh auch mal lieber auf den Sicher. Man kann den verteidigen. Er wollte ja lange warten. Er kommt schön zurück. Ich bin schon hinten durch Explosion. Ich hab ihn gemisst. Er ist für dich. Ja, ich bin mal lieber absichern. Den könnte ich kriegen. Hab ihn. Ja, Ball hab ich. Ja, ja. Den anderen hab ich. So, dann mach mal einen schönen Pass. Mist. Na, so ist auch okay. Ich bin ziemlich weit vorne. Also sei vorsichtig. Nimm mit, nimm mit. Ich wär in der Mitte bereit. Lass ich lieber. Zu weit nach vorne. Ja, bleib dran. Ich hab noch ein bisschen Boost, aber das reicht nicht. Geht drauf. Ja, bleib. Oh Gott, der kommt nicht so geil. Der ist fies. Nein, hat er verpackt. Na, zum Glück. Zum Glück. Zum Glück ist er hier C2. Ah, schade. Ich wollte den drin vorbei faken. War das vorne? Ja, in Halle. Ja, sehr gut. Gehe ich das auch vorne. Ah, der halten. Na dann. Hab ihn abgelegt. Für dich. Schade, der wollte sich nicht sprengen lassen. Nee. Ja, ich muss mal eben so ein bisschen in die Kartenpätzle im Flug tanken. Genau. Ich krieg den Ball immer in den Rücken rein. Das ist nicht so geil. Denkt dran, nicht so weit unterm Ball, ne? Sehr schön. Rechts von dir. Wieder rechts von dir. Er passt. Sehr schön. Gute Ansage. Danke. Danke. Der eine mit Vollsprit trat vorbei und der andere gebremst. Und dadurch zu wenig gehabt. Den hab ich. Ja, ich bin am Tor. Sehr gut. Bleib dran. Mach weiter Druck. Ja, da hab ich mich rein jetzt. Ja, bleib dran. Ui. Hab ich. Ja, und deiner? Der hat sich jetzt gegenseitig ausgespielt. Und der fährt zum Boost, ey. Ui. Das ist... Boah, das war frech, ey. Da spielt er... Guck mal. Da spielt er seinen Mate aus. Da. Und geht dann Richtung Boost. Das ist so frech. Das ist richtig frech. Krass. Was? War du? Mhm. Für dich? Den hab ich. Du kannst mal schön lang. Da hab ich jetzt gerade zum Beispiel dich gesehen. Also, wolltest du einen Pass machen oder wolltest du den selber schießen? Weil in beiden Fällen... Ich wollte einen Pass machen. Achso. Boah, hab den Absprung verkackt. Achso. Schon gedacht da. Weil zurückgekommen wärst du nicht. Und für den Pass war der eigentlich zu steil. Ja, schön. Bin wieder rechts von dir. Schöner Pass. Okay. Kommt. Ich habe keinen Boost. Zehn. Zwölf. Okay, ist vorne? Jetzt habe ich gerade. Zack. Deiner? Ich bin rechts von dir. Also jetzt quasi in der Mitte. Ja, kommt. Habe ich. Nicht. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Boah. Mal einfach lang, Bande lang und dann... Oder so. So geht's auch. Äh. Ja. Genau. Cool. Ist rausgegangen. Sind beide, beide rausgequittet. Ha. Wir müssen eine Ansage machen. Zack, bumm. Spiel gewonnen. Geil. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Zeit. Oh ja. Nummer 2. Let's go. Deiner? Mhm. Er hat mich gesprengt. Ja, deswegen lasse ich mir jetzt ein bisschen Zeit. Für dich? Für dich? Wo bist du denn? Jaja. Ja. Toll. Er geht nicht mehr dran. Für dich? Ja. Ich bin hinter dir. Na schön. Hui. Das hat er gerochen. Schön auf der Wehr. Zerschung. Das war auch Sackeng gerade. Ich hab gedacht, dass du den auch sprengen möchtest, ne? Ja, hatte ich auch vor gehabt. Aber der hat gut aufgepasst. Hast du's? Da geh ich mal dran, ne? Oder willst du... Boah, da hab ich wieder nicht gewusst, was du vorher hattest, weil du warst wieder sehr lange in der Luft. Und zum Ball konntest du eigentlich auch nicht mehr. Und zum Ball konntest du eigentlich auch nicht mehr. Damit warst du quasi wieder Outplayed. Und ich wusste nicht, hey, wenn ich jetzt hochgehe und ich kriege den nicht, dann ist der durch. Oder ich kriege ihn durchaus wieder Risiko halt. Oh, der ist gut, der ist gut. Schönes lange Eck. Schön aufpassen. Schön aufpassen. Oh, schön aufpassen. Jetzt hab ich den gar nicht erst reingekriegt. Aber schön dazwischen geworfen. Zack. Nach rechts. Ich versuch's. Kriegst du den? Vielleicht doch. Das ist so ein bisschen möglich. Sehr viel Dampf. Versuch's mal selber. Mh. Mh. Alter Schwede, ey. Na, na, geht auf meine Kappe. Naja, ach Quatsch. Da, hätte ich haben müssen. Hätte ich haben müssen. Links. Mh. Kommt auch so bescheiden zurück, ne? Kommt richtig bescheiden zurück. Da stand ich wieder genau so, dass ich richtig bescheiden zurück bin. Probleme bekommen habe, den Ball so zu kriegen, dass ich überhaupt noch ne Chance habe. Also ne Chance hätte ich gehabt. Ich hätte einfach ne Bande fahren müssen, aber Unvermögen kam mir auch noch zu. Tja. Und drin. Sehr schön. Schöner Schuss. Danke. Ja, der war auch recht schnell. Wir haben uns für nen Easy Pinch entschieden. Da kam er dann doch bei dir an. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass er dir in den Rücken fliegt. Mhm. War auch knapp. Also ich stand gerade richtig. Okay. Na mit. Mhm. Rechts. Mach lang. Oh, schön. Schön. Mach selber. Schade. Schade. Ich bin hinter dir. Ja, ich konnte nur noch einmal blocken den Ball. Hallo. Hier. Halbe Sekunde fällt. Nein. Nein. Scheiße. Denk dran, ne. Immer drinnen bleiben und dann direkt den Zweiten hin. Der Pass war kacke. Wir brauchen nicht drüber reden. Aber immer schön im Spiel bleiben. Versuch mal dann längst. Mhm. Nicht durchgelassen. Hier in der Mitte. Komm. Mach selber. Habe ich. Nice. Ja, sehr schön. Na ja, vor allen Dingen, wenn du dieser kleine Rückwärtsgang, den du eingeschoben hast, der war wichtig. Ja, ich musste irgendwie versuchen vernünftig unter den Ball zu kommen. Dann geh da gar nicht dann. Naja, ganz hoch gerandelt. Hier ganz hoch gerandelt. Ich setz nach. Uh. Dann verdreht. Den hab ich. Ja. Ja, komm, ist deiner. Ne. Okay. Da wollte ich hochgehen und dazwischen springen. Da hab ich gesehen, fuck, ich hab noch 12 Fuß. Jo, aber selbst wenn, der wärst auch zu spät gewesen. Der war schneller oben als du. Bleib dran. Geben dran. Aufsetzer. Jo. Sehr schön. Danke. Das Spiel ist sehr ausgeglichen, hab ich so das Gefühl. Fehleranfällig ist es ja. Aber, ja, das kann man ja auch als ausgeglichen zu unterstützen. Man muss halt ja nicht um alles schlecht reden, oder? Nein, nein, nein. Ich guck mir sowas immer nur sehr kritisch an. Weil ich natürlich versuchen möchte, sowas abzuschalten am nächsten Mal. Boah, Glück gehabt, dass der da nochmal zwischengegangen ist. Sehr schön. Der Flick übrigens, wieder nicht geklappt, ey. Was immer? Kein Ausweis, ich muss das unbedingt geben. No, oh, das war nicht gut. Der Krieger, ey. Der Krieger. Ja, der ist drin, der ist drin. Der passt. Sehr schön. Was könnte der Koruschlag gewesen sein? Ja, könnte. Ich fahr zurück. Ja. Na komm, bin noch ein Bangor. Ja, ja. Deiner. Dann kriegt er den, der wird den mittig machen. Der wird den mittig machen. Oder auch nicht, dann verkrackt er ihn. Ah, ist egal. Passt. Jawohl, zweites Spiel auch gewonnen. Ein sehr Fehleranpflegespiel. Das muss ich mir auf jeden Fall nachher nochmal angucken. Weil da steckt einiges drin. Oh ja. Alles klar, dann. Okay, und das Spiel Nummer 3 bei einer tollen Playlist-Population. Ja, ich werde da ewig drauf rumreiten. Ich verstehe das bis heute nicht. Ich kann es nicht nachher erzählen. So, wieder PC-Playstation. Let's go. Ich bleib mal lieber stehen. Bist du hinter mir? Ich bin noch ein Tor, ja. Ja. Schade, der Zweite hat leider auch aufgepasst. Ich bin hinter dir. Für dich. Wir haben dies gespielt. Mal schön nach außen bringen, damit dir nichts anbrennt. Hab ich? Ich riskiere das. Mhm. Das war mein Plan, ne? Ich hoffe. Ich überlasse dir den. Was? Verstandst du direkt hinter mir? Nein. Ich hab den Anstrengen verkackt. Ich hab den Zeitpunkt. Achso, okay. Ich hab keine Ahnung, der stand es direkt hinter mir und hast den deswegen. Nein, nein. Da holt er mich sprengen. Hat er seinen ganzen Boost ins Sprengen versenkt. Der andere hat irgendwie unser Positioning verkackt. Ich bleib dran. Bleib dran. Jetzt hast du. Wo bist du? Ja. Ole, ole. Ich bring ihn rüber. Nein, er hat mich gebombt. Kacke. Brauch nach hinten. Jo. Okay, mach lang. Schade. Mitte. Ich gebe zu, den hat nicht ich gepasst. Den hat der Gegner gepasst. Drin. Jawoll. Ein Boost. Vielleicht an der Stelle auch ganz gut gewesen. Außer den, dann da beschleunigt. Ah. Sehr gut. Aber schön rumgedreht da. Aus dem Winkel. Sehr schön. So. Macht der das? Weiß ich nicht. Steiner? Bleib dran. Also ich wäre links. Oder mal selber. Komm, mach selber. Okay. Was passiert? Ein Stück zu spät. Da. Und ich stand zu weit drin. Bin zu weit gerutscht. Ja. Und hatte nur 10 Boost. Ja, das ist immer blöd. Wenn du in so einer Situation bist und hast, dann kaum noch Boost. Aber 10 Boost reichen auf jeden Fall, um ordentlich unter die Latte zu kommen. Ja. Ja. Der passt. Der passt. Das geht so nicht. Ist der zweite? Ernten bei uns am Boost. Hä? Was ist das denn für ein Arschloch? Oh, Entschuldigung. Ernst doch mal. Was macht der da? Warum lässt er denn sein Maid so hängen? Ach, oder ist er vielleicht, vielleicht ist er ja auch, äh, naja, ja, wissen wir nicht, ne? Vielleicht ist er ja auch Disconnected oder aus irgendwelchen Gründen. Oder Mutti hat gerufen, gibt Essen. Wer weiß das schon. Er steht auf jeden Fall. Jetzt bewegt er sich. Kommt. Ich wäre bereit. Ich hatte schon wieder so eine Scheiße geahnt. Ja, ich habe was da oben an der Decke. Zwar mal ein Flip-Reset, aber kein Boost. Ja. Der hat ja so kack gefliegt, der Ball, der der Ball so kack gefliegt, das hatte ich schon ja geahnt. Äh, Deiner? Dann bleib ruhig dran. Wenn er den zu mir kriegt, dann nehme ich den mal ganz locker flockig mit. Ich versuche, da mal eine Bande abzufangen. Hat geklappt. Kein Overcommit. Da gehen wir zwischen. So, einfach nicht, Junge. Nach drin. Jawoll! Sehr schön. Ab da. So. KO, würde ich sagen. Und damit hätten wir dann doch drei Spiele gewonnen. Äh, hätte ich jetzt... Krass. Das hätte ich jetzt nach dem Start nicht gedacht. Uh-uh. Mega. Ja, so kann es kommen, Herr Leute. Äh, das war es dann auch für heute. Hat echt Spaß gemacht. Also wirklich, war gut. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Guck mal. Aufstieg, C2. Yeah. Ja.